Für ältere Leute oder so, wenn man einsam abends ist, da wird einem schon was einfallen, oder? Du, das muss... Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich würde mir meine Muskeln hier so alle... Naja, ich auch nur die Muskeln. Was hast du denn gedacht? Was ist das? Oh, ist das schwer. Was ist das denn hier wieder? Anna, was ist denn das hier wieder für ein Ding? Aber das ist ja unanständig, was? Mach mal das Licht aus. Du hast mich noch nie gesehen. Nein, das muss bestimmt hier vorne drauf gesteckt werden. Wird damit geschossen oder was wird damit gemacht? Sieht ja bald wie eine Flaschenöffner, außer Hauskehner. Ja, für was wird das benutzt? Das ist ein Rätsel für mich. Ist das ein Massagegerät? Das ist ja doch schön. Ich glaube, das ist ein Massagegerät, Anna. Das ist ein kleiner hier. Ach, Beleuchtung. Guck mal, das leuchtet. Das ist mit Beleuchtung. Null, null. Wahrscheinlich ist das auch irgendwas zum Spielen wieder. 93. Ist das was zum Schießen? Darf ich mal? Ja, geh du mal. Guck du mal. Ist denn das alles? Ups. Klos. Oh, was ist denn das? Was kann man damit machen? Nee, ist ich nicht. Keine Ahnung. Oh. Nee, das glaube ich nicht, dass das so gedacht ist. Eine Massagepistole. Ach, ja, das ist ein Massagegerät. Ach, ist denn herrlich. Sieh, hab ich mir das doch gedacht. Ich bleib jetzt hier so liegen und die alle, ach, Anna, die Kieferen. Kieferen. Was wird da schöner an Ihnen, wenn man damit massiert? Ach, ist das schön. Toll, ne? Auf der Wirbelsäule nicht. Nein, daneben, bitteschön. Wunderbar. Na, du wirst ja wieder reiten, du. Wie so ein junger Gott heute. Du sagst es. Auf dein Pferd. Dein Pferd, das wird ja irgendwie... Ist es angenehm? Ja, jede Massage ist angenehm. Zu tief trau ich mich nicht, Anna. Ach du bist, ich bin ja bei dir. Macht nichts. Tief trau ich mich nicht. Könnt ihr mich noch sehen? Jetzt will ich ganz unten fahren. Ganz unten. Ach, ich glaube, ich probiere das mal auf meinen kranken Knie. Warte mal. Da muss ich mich seitlich setzen. Wie den Rücken zukehren. Ja, hallo. Anna, ach, meine Arthrose-Knie. Na, ich glaube, ich renne ja wie ein junger Gott heute. Warte. Ist ja witzig. Warte. Und das sind die Teile dazu, was man alles anwenden kann. Drehen, drehen. Geht nicht raus. Zieh, zieh einfach mal. Warte mal. Aber es hat ja... Das ist ein Gewinde? Nee, das andere. Nicht mit purer Gewalt. Nee, zieh. Das ist jetzt der Quirl für den Schein. Jetzt wird es abgewaschen wieder und dann wird es in den Teiggrill gemacht. Oh Gott. Warte noch mal auf den Rücken. Mal gucken, wie das ist. Oh, das ist ja eine Klopfmassage. Das ist herrlich. Oh. Soll ich mal bei dir machen? Warte mal. Ja, ich bitte da rum. Wenn ich dann anfange zu schnurren, weißt du warum. Oh, das ist totalig. Das darf schnurren, wie ein Kätzchen. Wir werden das beantragen. Immer wenn Oma gut steil, machen wir vorher eine halbe Stunde Massage. Das ist jetzt schon ein bisschen doller. Nee, doller auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist ein bisschen unanständig. Was? Wo denkst du denn? Ich weiß nicht. Ich guck dir das mal an. Pass mal auf. Ach, was? War es denn nicht richtig? Das ist das kleine Zipfelchen. Warte mal, das stecken wir jetzt mal da rein. Das nudelt ganz schön. Das nudelt ganz schön. Das mich mal hier noch mal rein. Also dazu muss man ein bisschen Fantasie haben. Anna. Guck mal. Wenn du jetzt sprichst, dann hast du ... Das ist schön. Ich habe auch so hier zu Hause. Das ist schon 30 Jahre alt. Super ist das. Das nehme ich. Wenn ich manchmal so verspannt bin hier oben, mache ich das. Und das hilft wirklich. Das ist gut. Das ist so, so wie das. Und hier kannst du das auf die Nase stecken. Kuck mal. Das. Das ist auch schön. Das ist auch schön, ja. Das ist auch schön, ja. Das ist der Quirl hier. Mal gucken. Wenn ihr euch mal durchquirlen wollt. Also es ist nicht für den Kuchen. Denkt dran. 80 Euro. Meinst du damals für 25 Mark kostet das? Das ist schon von 1990. Ja. Und da kommen so großen Batterien drin. Ich glaube, die habe ich einmal ausgewechselt. Und ich habe das Ding schon viel benutzt. Also das ist wirklich ... Erst habe ich mal gedacht, so vor zehn Jahren, habe ich gedacht, brauchst du nicht mehr ganz wegschmeißen. Nee, bloß gut, dass ich so viel oben habe. Also ich muss dir sagen, das ist was Schönes. Für ältere Leute oder so, wenn man einsam abends ist, da wird einem schon was einfallen, oder? Du, das muss ... Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich würde mir meine Muskeln hier so alle ... Na ja, ich auch nur die Muskeln. Was hast du denn gedacht? Also, aber du brauchst ja immer eine zweite Person. Also ich glaube, ich würde meine Nachbarin einladen. Ich glaube, wenn sie nett ist, warum nicht? Ja. Ich glaube, wir kommen heute zu dir mit dem Gerät. Ja? Ja. Okay? Also, heute der Arm ist gebombt mit dem Ding. Der ist gerettet. Der ist gerettet. Der ist gerettet. Und ihr wisst, ab und drüben die Glocke. Und ihr seid eine coole Socke. Jawoll. Und wir machen uns heute einen schönen Abend. Tschüss. Und ihr müsst Kommentare schreiben. Ja. Stimmt's? Ja, genau. Wir machen uns heute einen schönen Abend. Tschüss. Und ihr müsst Kommentare schreiben. Ja. Stimmt's? Ja, genau.